Jo, 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 Brüders und Sisters, es gibt frontal viele Parteien auf der Welt. Es gibt den Islam, es gibt Buddhisten, es gibt die Christen, Lesben, da fällt es frontal schwer, sich zu entscheiden. Einer, der sich krass entschieden hat, ist der Herr Gerhard Heinzmann, denn der ist Vorsitzender der Partei Bibeltreue Christen. Erste Frage, was will die Partei Bibeltreue Christen? Sie will in der Politik, dass biblische Maßstäbe wieder beachtet werden, dass das Wort Gottes zum Maßstab auch für unsere Gesellschaft wird. Ah ja, und woher findet man heraus, was jetzt Gottes Wort ist? Gottes Wort, lesen Sie dieses Wort. Jesus sagt, sucht in der Schrift, dann findet ihr von mir geschrieben. Das steht da drin. Jawohl, und ihr werdet erkennen, ob das meine Worte sind, sagt Jesus, oder die Worte meines himmlischen Vaters. Und woran merke ich, dass es der eine gesagt hat und der andere? Spricht der eine ein bisschen mehr so krass Jugendlicher und der andere spricht mehr so klug und du erhaben? Nein, Gott spricht ganz normal, damit auch Sie, Herr Lust, es verstehen können. Er kennt jeden Menschen, alt und jung, egal welche Hautfarbe. Der kennt mich? Jawohl, der kennt Sie schon, bevor Sie das Licht der Welt erblickt haben. Aber Sie, Herr Heinzmann, kennt er besser, oder? Er kennt mich genauso wie Sie. Aber Sie haben doch den besseren Draht, oder? Ich habe vor fast 40 Jahren den Draht zu ihm aufgegriffen und bin mit ihm in Kontakt gekommen. Wie kommen Sie mit ihm in Kontakt? Einfach, indem ich ihn anrufe. So wie Sie Telefon, Handy, Handy nehmen und... Was für Netz? Was Netz, das himmlische Netz. Psalm 50, 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich ja hören und du sollst mir Dank sagen. Ruf mich an. Psalm 50, 15. Psalm 50, 15. Aber das ist das himmlische Telefonnummer. Krass, okay. Was ist nach Ihrer Partei verboten und was ist erlaubt? Oder was sollte verboten werden oder was sollte erlaubt werden? Oder was sollte verboten, ist später erlaubt werden und nachher wieder verboten? Nein, es gibt jetzt nicht Verbote. Also was wir nicht möchten, wenn wir was zu sagen hätten, der Mensch ist geboren, Gott zu lieben. Er sollte Gott von ganzem Herz lieben. Das ist nämlich das höchste Gebot, was uns dieses Wort sagt. Und das ist Ihr Parteiprogramm? Nein, das ist eines der wichtigsten, dass wir uns gegenseitig lieb haben. Wenn ich Sie liebe, so wie mich, dann tue ich Ihnen nichts Böses. Ja, okay, aber unter Männern Liebe, das ist Ihr Parteiprogramm. Das will Gott nicht. Achso, das will Gott nicht, wenn Sie da Frau für ihn ansprechen. Aber wenn Sie sagen, Sie lieben mich jetzt. Gut, ich kann Sie als Freund, als Kollege lieben, aber nicht, was Sie jetzt meinen, was Sie mit Sex meinen. Wenn Sie das nur meinen. Das haben Sie gesagt jetzt. Ja, nein. Ich empfehle Ihnen, Sie sind viel zu schade, junger Mann, intelligent, so hübsch und begabt. Kommen Sie zu Jesus, dienen Sie ihm mit Ihren Gaben. Sie werden glücklich werden. Okay. Okay. Jesus liebt Sie, Herr Lust. Er hat Lust an Ihnen. Hey, hey. Er liebt Sie. Er möchte gerne mit Ihnen Freundschaft pflegen. Richtig tief, echt. Es ist so glücklich. Wissen Sie, was Sie brauchen? Sie brauchen so eine Sendung im Fernsehen, wo man dann so, wir haben da einen Bildschirm hintun kann und Sie können den Leuten dann voll die Message reingeben und so. Was ist jetzt in Ihrem Parteiprogramm? Zunächst, was das Wichtigste ist, dass wir von unserem Deutschland aus ein ganz klares Bekenntnis zu dem Volk und Staat Israel ablegen. Dafür oder dagegen? Dafür. Dafür. Das Land Israel, dieser kleine Landstrich, auf der Weltkarte nur einen Strich. Das ist das Land, was die Leute hinten immer auf dem Auto drauf haben. Der kleine Strich mit dem Hackerl an der Seite, oder? Nein, nein, nein. Was ist mit Sex vor der Ehe? Nein, das ist ja ein Thema bei der PBC. Gott ist der Schöpfer der Sexualität. Von dem kommt es? Jawohl, nicht zu mir. Ach so, aber Sie wollen das verbieten? Nein, nicht verbieten, sondern Sex gehört in die Ehe und nicht so frei auf der Straße. Das gefällt Gott nicht. Das ist Sünde. Was ist mit zu Hause? Was mit zu Hause? Wenn man zu Hause Sex macht? Ja, nein, wenn Sie verheiratet sind, dann dürfen Sie sich mit Ihrer Frau erfreuen. Das hat Gott so geschaffen. Ach so, dann ist es egal, ob auf der Straße oder zu Hause. Nein, auf der Straße sowieso nicht. Ach so, haben Sie gesagt. Wissen Sie, das haben Sie in Ihrem Gewissen. Wissen Sie ganz genau, Herr Lust, dass das irgendwas nicht stimmt. Was ist mit, wenn man Sex mit sich alleine hat? Das ist auch laut der Bibel, Sünde vor Gott. Ist es auch Sünde? Jawohl. Aber das kriegt ja keiner mit. Aber das belastet Ihr Gewissen. Der Gott kriegt das mit. Er weiß alles. Wie oft darf ich das machen nach Gott am Tag? Gott, wenn Sie Gott lieben, machen Sie es nicht. Ach so. Sie haben das noch nie gemacht, oder? Leider viel zu oft. Früher bin ich schon vor 40 Jahren. Sie hat sich noch ein sehr sonderer Volga mal vor. Vor 40 Jahren bin ich auf die Knie gegangen. Es war in der Großstadt Hannover, auf Pflasterstein. Bin ich niedergekniet vor Gott. Bei den Chaos-Tagen sind Sie auf die Knie gegangen. Das war für mich, ja, das Woche war ein Chaos. Da brachte ich alle meine Schuld, ging auf die Knie und betete zu Gott. Gott, vergib mir meine Sünde. Ich bin schlecht. Wenn ich jetzt sterben müsste, fahre ich zur Hölle. Hat Sie da jemand gesehen, wie Sie das gemacht haben? Nein, braucht niemand sehen. Gott hat mich gesehen. Würden Sie jemals zum Islam übertreten? Ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe doch Jesus. Ich gehe doch nicht in eine Jauchikrug hinein, wenn ich das klare. Wenn man Ihnen ganz viel Geld bietet. Nie und nimmer. Wenn Gott sagt, Sie müssen übertreten. Das wird Gott nie sagen. Das wissen Sie nicht. So ein Quatsch wird doch Gott nicht sagen. Er wird doch nicht sagen, geh in eine antichristliche Religion. Die Wege des Herrn sind unergründlich, sagt man. Ja, Sie haben es irgendwo im Religionsunterricht gelernt. Aber er wird Sie nie, er wird niemand jemanden aus dem Licht in die Finsternis schicken. Okay. Wird Gott nie machen. Herzlichen Dank, der Herr Heinzmann von der PBC. Ich habe mich brutal krass gefreut, dass Sie bei mir waren und versucht haben, es war eine Freude. Gott segne Sie. Ich bete nachher noch für Sie und für die ganzen Kollegen hier im Studio, dass Sie Jesus kennenlernen. Die machen wir. So? Nein, brauchen Sie nicht. Ja, einen Moment, Sie dürfen ja an Ihre Brust mal schlagen. Sag Gott sei mir gesund und gnädig. Das ist das Beste. Dankeschön. Bitteschön, Herr Lust. Bitteschön, Herr Lust. Bitteschön, Herr Lust. Bitteschön, Herr Lust.